So, komm her, du Teil. Sehr gut. Ihr habt ein weiteres Bruchstück gefunden. Ich bringe es ins Schloss. Suchen wir nach anderen Bruchstücken. Ach nein. Was? Schon wieder so ein Anfall. Das ist es also. Meine bisher größte Schöpfung. Meine Meisterleistung. Gibt es etwas Schöneres als das hier? Gibt es etwas Mächtigeres als das hier? Jahre der Forschung tragen endlich Früchte. Oh ja, das wird es mir ermöglichen, nie wieder zu altern. Ich hoffe, wir haben keinen Fehler gemacht. Sonst kommt es zu unkontrollierten Ergebnissen, Gadar. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden, Morlon. Jetzt ist unsere Zeit gekommen! Es funktioniert. Was? Das nimmt immer seltsame Reformen an, Walner. Was ist das alles? Ich verstehe das nicht. Immer dann, wenn wir in der Nähe eines Bruchstücks sind. So, komm her, du Teil. Sehr. Verdammt. Schon wieder. Also, ist es gut. Baut reichlich Kaldrium ab. Das wird unseren Zauber noch viel mächtiger machen, als er ohnehin schon ist. Der Clan ist bereits am Ende. Viel wichtiger ist aber der Sieg über diesen verdammten Pfarrer Ostra. Die Steintöfe wird uns mit einem Schlag zum Sieg verhelfen. Das Kaldrium wird die magische Wirkung des Zaubers vertausendfachen. Der Sieg wird unser Sein. Nimmt das denn kein Ende? Dann bedrängen wir ihn lieber jetzt darum. Vielleicht bist du ja schuld. Du bist in Wahrheit immer noch von einem Schattengeist besessen. Und du erzählst nur diese verdammten Gedanken in mein Hirn. Lächerlich. Was auch immer das ist, wir müssen es beenden. Sag ich ja. Kopf ab. Kannst du hier nicht, Aska. Es gibt sicher einen anderen Weg. Vielleicht hört das auch, wenn wir dich endlich vernichten, Aska. Dein Aggressionspotenzial ist äußerst auffällig, Valna. Hier wird niemand umgebracht. Aber ich werfe besser ein Auge auf euch beide. Wende dich nicht ab von mir, Alain. Es wird sicher bald aufhören. Wohl kaum, Valna. Du tust gut daran, ihm aus dem Weg zu gehen, Alain. Das kann ich wohl ganz sicher allein entscheiden, Aska. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Halt den Mund, Kerl. Ruhi jetzt. Wir müssen uns um andere Dinge kümmern, als uns gegenseitig an die Gurgel zu gehen. So, komm her, du Teil. Sehr gut. Ihr habt ein weiteres Bruchstück gefunden. Such mir nach den anderen Bruchstücken. So, komm her, du Teil. Sehr gut. Such mir nach den anderen Bruchstücken. Ja, da. Wir haben das gesamte Calcium abgebaut. Hier gibt es nichts mehr. Dieses Gestein ist so selten. Ich fürchte, wir haben nur diesen einen Versuch. Die Steintafel herzustellen. Wir dürfen keinen Fehler machen. Das werden wir, das werden wir, das werden wir, das werden wir nicht. Kada, das werden wir nicht. Ich kann mich nur über dich und deine merkwürdigen Gedanken wundern, Walnau. Wir müssen endlich eine Erklärung dafür finden. Ich weiß doch auch nicht, was mit dem los ist. So, komm her, du Teil. Hervorragend. Ihr habt das letzte Bruchstück bekommen. Ha, 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 nun ist es endlich soweit. Auf bald, ihr Narren. Das klang aber nicht gerade gut. Schnell zu den Bruchstücken. Oh nein. Die Bruchstücke sind weg. Ich hab's gewusst. Diesem Genai durfte man nicht glauben. Diese hinterhältige Verräter. Na schön. Die Situation ist, wie sie ist. Lasst uns schleunigst herausfinden, wo er mit den Bruchstücken hingegangen ist.